Wir begrüßen in dieser Woche den Bürgermeister aus Montreux, Patrice Bessack, mit seiner Delegation. Und er wird Oberbürgermeister Tobias Schick natürlich treffen. Es gibt die Vertragsunterzeichnung für die Verlängerung. Es gibt eine Podiumsdiskussion am 15. November in dieser Woche, am Freitag, wo wir über Strukturwandelthemen, über Jugendthemen, Herausforderungen beider Städte sprechen wollen, hier im Stadthaus. Und was ganz besonders ist, und das ist das erste Mal, da lade ich alle herzlich ein, Am Abend des 15. November um 21 Uhr startet die erste Cottbusser French Night ab 21 Uhr mit freiem Eintritt im Glätthaus. Das heißt, alle sind herzlich eingeladen, mal richtig wieder zu feiern, deutsch-französisch. Natürlich wird es auch die besten Disco-Hits der letzten 60 Jahre dazu geben. Wir werden aber auch kleine Kultureinlagen haben. Und da freuen wir uns ganz besonders und ich lade alle Cottbusser und Cottbusser herzlich ein. Oberbürgermeister Tobias Schick und der Bürgermeister Patrice Bessack sind natürlich auch da.